ARD Text im Auftrag von Funk Ah, wenn du meine findest dann ja. Wahrscheinlich. Oder halt, ne M4, dann Tosche. Oh, komm her. Hör auf weg zu springen. Komm her, du scheiß Noob. Wow. Scheiß no hand, Alter. Du, ich bin gleich tot, ich weiß das nur, ich bin gleich tot. Das war nur so ein scheiß no hand, Alter. Chill. Oh, wo uns ist noch einer? Aber jetzt geht's nicht aus, gönn dir. Klapp mal schnell nach. Wo uns ist noch einer? Der kommt ja von oben an Oma Obersprung, das merk ich schon. Wenn wir sich gönnen. So, hier haben wir nix. Was? Moin, sie sind? Ja. Oh, 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 ich hab'n. Ah, von wo? Obern? Links von mir? Da kommt geschwungen. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt einfach. Drei, zwei, eins. Na? Sonst kommt Bock auf mich oder was? Da hör mal. Da unten ist einer. Da unten baut einer. Hörst du das nicht, Junge? Wird er mich verarschen oder so? Mach doch mal ein arke Tee auf. Mach die dir zu. Schleicht sie wieder. Alter, was geht mit dem Dude ab? Oh, aber jetzt kommt er. Jetzt hat er Blut gehört. Na komm. Ich bin langsam auf dem Piss. Ganz ehrlich. Bewegt dich mal her. Was ist das? Platsch, 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 platsch. Alter, bewegt deinen Arsch her. Wenn jetzt wiederum, dann wucht er ihn kurz. Ah, der fühlt sich. Die holen wir den jetzt einfach. Geh mal nach. Das mal auf G. Ah ja. WTF? Die geht mal auch langsam. Am Arsch lecken. Hä? Von wo? Von drüben, wo die Kisten waren die zwei. Gehen weg. Triffst du nicht, Alter. Lern treffen, Alter. Du triffst nicht mal den Baum, Alter. Ja wow, jumpen. Dafür hab ich schon meinen Kollegen geheilt. Benny, hütte ihn. Wie geil war denn das? Ich hütte ihn einfach und kill ihn in der Luft. Wie nice ist denn das? Benny, von mir aus geht man jetzt täuschen. Ja, ich hab die EMV. Geh in dir. Alter, wie ich ihn gekillt hab.